Vor ein paar Tagen erhielt ich eine E-Mail von einem Paco und in der E-Mail stand, ich würde gern an deinem Deep Dive mitmachen, ich weiß nur nicht, ob ich sechs Monate lang so viel Zeit investieren kannst, wie du da vorgibst. Also habe ich die Frau angerufen, wir haben telefoniert und am nächsten Morgen hat sie sich angemeldet. Und ich nehme dieses Video jetzt auf, weil ich das Gefühl habe, dass noch andere Pacos gerne mitmachen wollten, aber nicht wirklich genau einschätzen können, wie viel Zeit das Ganze kostet und worum es vielleicht sogar dabei geht. Den Deep Dive habe ich ursprünglich aufgesetzt, weil ich für mich gemerkt hatte, regelmäßig üben alleine fällt auch mir wirklich schwer. Also möchte ich eine Gruppe haben, mit der wir regelmäßig üben können. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich denn mal regelmäßig diese Art von Energiearbeit mache, dann verändert sich wirklich etwas in meinem Leben. Und ich habe den Deep Dive auch gemacht, nachdem mir einige Leute erzählt hatten, so, jetzt haben wir die Inka-Fahrt mit Juan und Ivan gemacht oder wir haben dein 100-Tage-Programm gemacht, Hans Martin. Aber das sind ja so viele Übungen, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich mit jeder Übung genau machen soll, beziehungsweise ich würde gerne wissen, was die Übungen im Alltag bezwecken. Und all das habe ich jetzt in diesen Deep Dive eingebaut, also der Reihe nach. Alle 14 Tage Dienstagabends treffen wir uns zu einem Zoom-Call. Halbe Stunde, darin stelle ich die neue Übung vor, gebe Hintergrundinformationen und zwar tiefere als in den Einführungskursen. Und dann üben wir dreimal die Woche. Jeder Call dauert aber nicht länger als zehn Minuten. Es geht darum, dass wir einfach nur wissen, so, wenn ich üben möchte an diesen drei Abenden, dann habe ich immer jemanden da, mit dem ich üben kann. Das ist wie ein Eintrag im Kalender und zu wissen, so, ich mache es jetzt. Dann treffen wir uns, wir machen die Übung, dann tauschen wir uns ein wenig aus und jeder Call geht zehn oder 15 Minuten. Manchmal fragt mich auch jemand nach seiner eigenen Erfahrung, nach meiner Einschätzung, es kommt eine Unterhaltung auf, dann kann der Call auch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gehen. Aber wenn du dann das Gefühl hast, ich mag ihn nicht mehr, es interessiert mich nicht oder wenn du auch los musst, dann kannst du dich auch ausklinken. Es gibt auch keinen Druck oder Zwang mitzumachen. In der letzten Masterclass, im letzten Deep Dive, der jetzt Ende Oktober endete, gab es so viele Leute, die zum Beispiel aus dem Auto angerufen haben, aus dem Reitstall oder von einer Familienfeier, die dann einfach sagten, ich möchte ganz kurz dabei sein, ich habe das Handy hier oder das iPad, klingt mich ein, danach klinken sie sich aus. Das ist alles möglich. Und wenn du mal an einem Dienstagabend, wenn es um die neue Übung geht, nicht mit dabei sein kannst, dann kannst du dir die Aufzeichnung anschauen, denn alle Calls werden aufgezeichnet. Und für jede einzelne Übung gibt es auch ein PDF, in der ich die Übungen im Detail beschreibe und dieses PDF kannst du dir auch runterladen. Ich habe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letzten Deep Dive gefragt, wie waren jetzt diese sechs Monate für euch? Und die Meinung war, durch die Bank weg, das waren so großartige sechs Monate, weil wir einfach gemerkt haben, was sich alles verändert. Eine Frau erzählte, dass sie in ihrer Arbeit darauf angesprochen wird, wie ruhig sie geworden ist, dass sie sich verändert hat. Und sie merkt selbst, dass sie sich in schwierigen Situationen viel besonnener verhält, als sie es vorher jemals in der Lage gewesen wäre. Und auch die anderen sagen, sechs Monate lang Energiearbeit zu machen, regelmäßig zu üben und sich auszutauschen, hat so viele Effekte auf das eigene Leben. Allein deshalb haben sie schon drei wieder angemeldet, weil sie sagen, wir möchten es nicht missen. Und genau darum geht es mir, dass wir regelmäßig üben, uns austauschen, Spaß haben, aber keinen Druck dabei verspüren. Und wenn dich das anspricht, dann freue ich mich, wenn du jetzt nächste Woche mit dabei bist. Liebe Grüße, bis bald. Ciao, tschüss.